Das Mädel ist immer nur mit ihren Freundinnen unterwegs und du hast keine Möglichkeit, sie mal alleine anzusprechen. Was du in so einem Fall tun kannst, das erfährst du in diesem Video. Hey ihr Fashion Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu einer neuen Zuschauerfrage. Jede Woche gibt es hier auf meinem Kanal die geballte Portion an Flirt-Tipps, deshalb solltest du meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Schau mal, geht da unten, wenn du auf diesen roten Abonnieren-Knopf drückst und ist auch komplett kostenlos. Dass man das immer auf YouTube extra noch dazu sagen muss. Naja, genauso kostenlos ist es auch bei mir eine Zuschauerfrage einzureichen für dieses Format hier, Hashtag Hilf mir. Da beantworte ich in Videos nämlich eure Zuschauerfragen. Das hat auch der KJHolly gemacht. Er schreibt, Hashtag Hilf mir, ich will ein Mädel auf das ich stehe ansprechen, aber dann ist immer ihre Schwester und oder ihre Freundin dabei und ein Gruppengespräch entsteht, wenn ich mich überhaupt traue mit ihr zu reden. Ich schreibe auch fast nicht mit ihr, da ich mich auch das nicht traue. Danke im Voraus. Ja, lieber KJHolly, ich finde es gut, dass du sie ansprechen willst, statt anzuschreiben. Auch wenn ich ehrlich gesagt das mit der Anschreibangst ein bisschen übertrieben finde. Aber gut, das mit dem Ansprechen in der Gruppe ist gar nicht so viel anders, als wenn du ein Mädel alleine ansprichst. Die ganzen Basics, Leute, zum Thema Mädels ansprechen, die gibt es hier in diesem Video. Da hast du 10 Tipps, wie du ein Mädel ansprechen kannst, inklusive Sätze, was du sagen kannst. Und diese, sagen wir mal, Techniken kannst du bei Gruppen genauso anwenden. Aber klar, eine Gruppe anzusprechen, kostet natürlich deutlich mehr Überwindung. Und deshalb gebe ich dir auch den Tipp, bevor du dich an größere Gruppen herantraust, solltest du erstmal üben, ein Mädel allein anzusprechen. Also ein Mädel, das allein unterwegs ist. Denn eine Gruppe zu entertainen, erfordert einfach deutlich mehr Kommunikationsskills. Du musst selbstsicherer sein und auch ein Stückchen schlagfertiger. Weil das Problem ist ja, du sprichst nicht nur mit einer Person, du hast nicht nur die Reaktion von einem Menschen, sondern von ganz vielen. Und genau das ist auch der größte Unterschied, beziehungsweise der größte Knackpunkt beim Ansprechen von Gruppen. Deshalb musst du beim Ansprechen von Gruppen immer beachten, dass du grundsätzlich die ganze Gruppe ansprichst und nicht nur das Mädel, das dir gefällt. Heißt also, das Ansprechen richtet sich erstmal an alle. Du stellst dich bei allen vor und du führst mit allen erstmal ein bisschen Smalltalk. Ja, du kannst fragen, wo die Gruppe gerade herkommt, was sie gerade machen und was noch die Pläne für heute sind. Der Vorteil bei Gruppen ist, dass sich das Gespräch eigentlich automatisch entwickelt. Weil du ja den Input von ganz vielen Menschen hast und nicht nur zwei dafür verantwortlich sind, dass das Gespräch am Laufen bleibt. Dein Ziel muss es also sein, das Eis bei der ganzen Gruppe zu brechen und nicht nur bei den Mädeln. Aber Chris, mich interessiert doch nur das eine Mädel. Ja, aber wenn du dich nur auf sie fokussierst, dann bist du einfach nur ein egoistisches Arschloch. Und dann kannst du nicht erwarten, dass die Gruppe dich sympathisch findet. Denn würdest du nur das Zielmädel ansprechen, also das Mädel, das dich interessiert, dann würde es zu einer sozialen Ausgrenzung der Gruppe kommen. Das kennst du bestimmt selber, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und da kommt jemand Neues dazu und der ignoriert dich komplett, der stellt sich auch nicht bei dir vor. Ja, wie cool findest du den? Richtig, du denkst dir, was für ein Idiot. Und du wirst bestimmt keinen Bock haben, mit dem weiter Zeit zu verbringen. Oder Bock haben, dass der sich jetzt weiter in eurer Gruppe aufhält. Oder anfängt, irgendein Mädel aus der Gruppe rauszuziehen. Ob es mit dem Mädel klappt oder nicht, das steht und fällt mit der Gruppe. Die Freundinnen haben einen riesigen Einfluss auf das Mädel. Wenn die dich nicht mögen, dann war es das. Bau also Vertrauen zu der ganzen Gruppe auf. Führ mit der ganzen Gruppe Smalltalk. Sorg dafür, dass sie dich auch ein Stück weit kennenlernen. Denn schaffst du es, die ganze Gruppe für dich zu gewinnen, dann hast du quasi auch schon das Mädel für dich gewonnen. Diesen Gruppen Smalltalk machst du, ja, ein paar Minuten, ja, weiß ja nicht, vielleicht so fünf Minuten, vielleicht auch zehn Minuten, je nachdem, wie gut das Gespräch läuft. Und erst dann fängst du dich an, Stück für Stück auf das Mädel zu konzentrieren, die dich wirklich interessiert. Du quatschst ein bisschen mit ihr zu zweit und dann holst du dir irgendwann die Nummer. Und dann, ja, ganz wichtig, verabschiedest du dich natürlich von der ganzen Gruppe. Immer die ganze Gruppe beachten. Der Vorteil dieses Gruppen Smalltalks im Vorfeld, hat dich die Gruppe akzeptiert, dann wird dir auch keiner von denen dazwischen funken. Denn genau das wird passieren, wenn die anderen dich nicht mögen. Dann werden die immer wieder versuchen, dich von diesem Mädel wegzuziehen, dich aus der Gruppe rauszukriegen und dich irgendwie loszuwehren. Machen die aber nicht, wenn die sich denken, ja, das ist ein sympathischer, cooler Typ. Und sind die Freunde sogar richtig cool, ja, dann werden die sogar selber dafür sorgen, dass du mit dem Mädel quasi zu zweit Zeit hast. Dass du dich zu zweit mit der kurz unterhalten kannst. Merkst du daran, wenn die Gruppe wieder anfängt, sich auf sich selbst zu konzentrieren, ja, wenn die Leute sich untereinander unterhalten und euch quasi erstmal nicht beachten und nicht irgendwie dazwischen quatschen. Und dann liegt es nur noch an dir, dass du dir ihre Nummer holst. Wie das geht, auch dazu habe ich vor kurzem ein ausführliches Video gemacht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Deshalb gerne anschauen, ist hier oben verlinkt. Und ja, zu diesen Gruppenansprechen haben wir auch schon mal irgendwie vor drei Jahren oder so ein Video gemacht. Aber ich fand es gut, jetzt nochmal quasi ein upgedatetes Video zu machen. Ganz aktuell, komprimiert, zusammengefasst mit allen Tipps, die sich auch irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt haben. Deshalb hoffe ich, dass dir das Video geholfen hat. Weil diese Frage nach dem Gruppenansprechen, die lese ich so häufig, gerade in meinen Livestreams kommt das immer wieder vor. Jetzt haben wir das hoffentlich ein für alle Mal geklärt. Wenn das der Fall ist, dann lass mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Außerdem kannst du hier noch fleißig abstimmen, ob du schon mal eine Gruppe angesprochen hast, ob das erfolgreich war oder nicht erfolgreich. Ja, ihr wisst das, Umfragen sind immer super spannend auf diesem Kanal. Denn so weißt du auch, okay, ja, wie ticken denn die anderen, wie denken denn andere Jungs über diese Themen? Und was natürlich auch noch hilft, schau mal, hier auf der Seite, da geht es weiter, da gibt es ganz, ganz viele Videos zum Thema Flirten, Liebe, Beziehung, Schreiben, Dating, alles Mögliche, klick dich gerne durch. Ich danke dir fürs Zuschauen, denk dran, hier unten noch abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut und ciao.